Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Gerner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Dieser hat über Airwig geschrieben, welches sie mit 4,4 Sternen bewertet hat und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Airwig Review – Airwig Produkte im Test. Sehen, schmecken, hören, fühlen und natürlich auch wichen. Diese fünf Sinne entscheiden über jede Wahrnehmung in unserem Umfeld. Möchte man sich irgendwo besonders wohlfühlen, darf es nicht zu kalt, nicht zu warm, nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu hell oder nicht zu dunkel sein und schon gar nicht dafür schlecht riechen. Airwig verspricht mit seinen Duftprodukten einen Wohlgeruch rund ums eigene Haus zu bringen. Also an dem Ort, an dem man sich eigentlich am wohlsten fühlen sollte. Aber wie schlagen sich die Erfrischer eigentlich im Praxistest? Ist es eine bessere EPURO Raumduftalternative? Was ist Airwig? Airwig wurde 1943 in den USA gegründet. Seit jeher widmen sie sich der Herstellung von Lufterfrischern für Haus und Wohnung. Inzwischen gehört es zu Rickett Benckiser, ein britisches Unternehmen, das international Artikel in den Kategorien Gesundheit, Hygiene und Heimrichtung verkauft. Zu den milliardenschweren Unternehmen gehören neben Airwig auch bekannte Marken wie Calgon, Durax, French, Lyssen, Scholl und Benish. Genau wie die meisten der anderen Produkte wird auch Airwig weltweit verkauft. In mehr als 60 Ländern kann man die geruchsintensiven Produkte erhalten. Produkte von Airwig. Airwig ist sehr vielseitig, was ihr Angebot an Artikeln und Produkten angeht. Das wohl bekannteste Produkt von Airwig sind die automatischen Duftsprays, genannt Airwig Freshmatic. Schon ab 5 Euro bekommt man das Starterpack, in dem sich das wiederverwendbare batteriebetriebene Freshmatic und eine nachfüllbare Duftpatrone befinden. Bei den Düften steht einem alles von Kirschblütenzauber über Täumen im Paradies bis hin zum verwunschenen Gartengeruch zur Verfügung. Airwig verkauft auch Duftkerzen, welche in Sorten wie nordischer Zauberwald oder Sommervergnügen für eine warme und einlarende Atmosphäre im Haus sorgen sollen. Es gibt auch Sprühflaschen und Duftflakons in einer Varietät von Gerüchen. Anwendung von Freshmatic und Duftwax. Freshmatic ist ein länglicher Zylinder in schwarz oder weiß. Man dreht das Gerät, um es zu öffnen und die Duftkapsel sowie Batterien einzufügeln. Es gibt drei Stufen für das kontinuierliche Sprühen von Duft. Stellt man es auf einen Punkt, sprüht es alle 32 Minuten. Beim zweiten Punkt alle 28 Minuten und bei drei Punkten sogar alle 10 Minuten. Natürlich ist der Freshmatic wiederverwendbar und die Düfte austauschbar. Stellt man den Ablauf auf einen Punkt, kann eine Dose bis zu 60 Tage halten. Eins ihrer neuesten Produkte ist das Duftwachs. Eine elektrisch betriebene Schale dient dazu, Duftstäbchen aus Wachs zu erhitzen, wobei ein sehr authentischer Duft entsteht. Der Duft hält bis zu 20 Stunden. Airwigs Duftwachs-Data-Set ist ab 10 Euro erhältlich. Die Schale zum Erhitzen gibt es nur in schwarz. Das Produkt besteht aus zwei Teilen. Einer Schale, in der das Wachs aufbewahrt wird und einer Heizplatte. Man schließt das Heizsystem mit dem Kabel an eine Steckdose an, dann setzt man die Schale auf das Podest, platziert eines der Wachsstäbchen hinein und legt den Schalter zur Aktivierung an der Heizplattform um. Am besten heizt man nur für ein paar Minuten und schaltet die Wärme dann wieder aus, da das Wachs ja bereits angefangen hat zu schmelzen und seinen Duft freisetzt. So kann man sich den Duft eine Weile lang einteilen und Geld sparen. Beim Saubermachen nimmt man die Schale einfach von der unteren Plattform, lässt sie abkühlen und wischt sie einfach mit einem Feuchtepapiertuch oder Spülmittel aus. Meine Airwake Erfahrungen. Airwake Freshmatic und Duftwachs. Ich liebe mein Haus und möchte, dass sich jeder dort wohlführt, der bei mir zu Gast ist. Deshalb habe ich mir direkt fürs Badezimmer und den Keller einen Airwake Freshmatic bestellt und für das Wohnzimmer das Duftwachs. Zuhause habe ich zwei Katzen, die ihre Katzenklos im Keller haben, weshalb es dort oft entsprechend riecht. Deshalb habe ich dort den ersten Airwake aufgestellt. Als Duft habe ich Kirschblütenzauber verwendet und das Gerät auf die erste Stufe gestellt. Im Bad befindet sich der Duft Tag am Meer im Airwake Freshmatic, welches dort alle 32 Minuten betätigt wird. Mit den beiden Airwakes bin ich sehr zufrieden. Die Düfte riechen nicht chemisch, sondern vielmehr naturell. Bereits seit gut einem Monat laufen die beiden Airwake Diffusor. Bis jetzt musste ich weder Batterie noch Duftflasche wechseln. Auch das Geräusch, das der Mechanismus beim Spüren von sich gibt, fällt im Alltag keineswegs auf. Im Keller ist es dem Freshmatic sogar problemlos möglich, die unerwünschten Gerüche zu überdecken. Die Duftkerze im Wohnzimmer wird nur bei anders benutzt. Zum Beispiel, wenn Besuch zum Abendessen da ist oder wenn man es mal gemütlich haben möchte. Das Wachs, welches ich bis jetzt gebraucht habe, nennt sich Zimtzauber und Bratapfel. Ein Weihnachtsduft, den ich aber trotzdem gerne das ganze Jahr über der Nase habe. Die Anwendung ist simpel und innerhalb von Sekunden ist die Schale heiß genug, um das Wachs zum Schmelzen zu bringen. Der dezente, liebliche Geruch breitet sich im Windeseil im ganzen Zimmer aus und hält sehr lange an, auch wenn man das Wachs nur kurz erwärmt. Mit allen Produkten und ihren Düften bin ich sehr zufrieden. Die Arbeitsweise ist überzeugend, das Haus komfortabel und auch Besucher fühlen sich gleich viel wohler. Airwake Grauenluft Erfahrung. Mein Fazit. Die Produkte von Airwake lohnen sich für jeden, der seinen persönlichen Wohnraum gerne mit einer extra Note versehen möchte. Oder aber weißende Gerüche wie ein Katzenklo überdecken möchte. Die Geräte sind sehr kostengünstig. Die Sprays und Wachssorten sind in vielerlei Düften zum Beispiel auf Amazon erhältlich. Mit Einfachheit neue lebensfreudige Gerüche ins Haus bringen, die unsere Sinne reizeln und den Alltag noch viel wohler gestalten, das kann Airwake definitiv. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de